Also ich bin mit dem Sprachverstärker sehr zufrieden. Er ist innerhalb Sekunden bereit. Ich habe hier mal diesen Gurt angebracht. Man kann ihn aber auch anklippen und die Hose oder so. Wir haben hier einmal das Headset zur direkten. Also ich habe jetzt noch nichts vorher gemacht. Man muss einfach anschalten und einstecken. Man kann sofort loslegen. So, schon bereit. Und wie man hört, ist auch die Verstärkung, also so wie man das haben möchte. Man kann laut und leiser drehen. Prima. Es ist auch noch ein Ersatzböbel dabei für das Mikrofon. Wir haben hier noch ein Bluetooth-Mikrofon mit dem dazugehörigen Adapter. Und hier sind noch Ladekabel. Und das ist nochmal ein Stecker für die Stereoanlage. Was wir hier noch haben. Verschiedene Anschlüsse. USB. Und hier zum Aufladen. Hier kann man eine FT-Karte einstecken mit Musik. Wenn man dies macht, ist hier auch der nächste Titel oder der vorherige Titel wählbar. Also ich finde es klasse. Schöne Sprachverstärkung für ganz große Räume. Fitnessstudio oder so. Wo weiß ich jetzt nicht. Aber so im kleinen Kreis für Vorlesungen. Klasse. Also gut voller Umfang. Hier ist nichts mehr hinzuzufügen. Machen wir nochmal laut. Ganz laut und leise. Aus.